In Georgien herrschen Massenproteste. Grund dafür ist ein Gesetz gegen ausländische Agenten, welches von der georgischen Regierung eingebracht wurde. Dieses Gesetz sieht vor, dass Inhalte, die aus dem Ausland finanziert wurden, beispielsweise besser gekennzeichnet werden sollen. Ein ähnliches Gesetz gibt es auch schon in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort existiert das seit 1938, ohne dass westliche Medien daran jemals groß Anstoß genommen hätten. In Georgien ist dieses Gesetz aber ein Grund, um eine Russifizierung herbeizuschreiben oder zu behaupten, Georgien würde sich jetzt in die Nähe Russlands, in die Nähe Putins bewegen, würde sich von Europa wegbewegen. Und westliche Propagandisten reden schon eine neue Farbrevolution herbei. Diese Proteste sind nämlich maßgeblich von westlichen NGOs und Thinktings unterstützt. Und diese NGOs, die haben jetzt natürlich alle Angst, dass sie eventuell an bestimmte Finanzierungen, die aus dem Westen kommen, die von westlichen Oligarchen, von westlichen Regierungsinstitutionen kommen, dass sie da entweder nicht mehr so leicht da rankommen oder es kennzeichnen müssen. Und der Bevölkerung so klar wird, dass diese ganzen NGOs, die in Georgien aktiv sind und die die Verwestlichung des Landes vorantreiben, alle von ein paar wenigen Oligarchen bzw. direkt von der US-Regierung finanziert werden. Naja, dementsprechend werden da jetzt gerade Massenproteste gefahren und es gibt transatlantische Propagandisten wie Michael Roth, die diese Massenproteste, die in der georgischen Bevölkerung auch keine breite Unterstützung genießen. 60 Prozent der Bevölkerung stehen hinter der georgischen Regierung, die von denen schon zu einem neuen Maidan hochgepusht werden. Naja, wie viel Erfolg Michael Roth damit eventuell haben wird, darüber haben die Nachdenkseiten vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, den wir uns jetzt gemeinsam ansehen werden. Michael Roth heizt auf Demo in Tiflis einen Maidan in Georgien an. Ein Kommentar von Tobias Riegel Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages spricht kämpferisch von Demonstrationen im Ausland. Da werden Erinnerungen an den Maidan 2014 in der Ukraine wach, als westliche Politiker sogar vor Ort an Demos gegen die Kiewer Regierung teilgenommen hatten. Das Ergebnis unter anderem solcher Aufwiegeleien ist der Ukraine-Krieg. Die Debatte um das Agentengesetz in Georgien ist zusätzlich von Heuchelei geprägt. Ähnliche Gesetze sind weit verbreitet. Gespenstische Erinnerungen an 2014 werden wach. Über den aktuellen Auftritt von Michael Roth bei einer Demonstration in Tiflis gegen die georgische Regierung hat er etwa die Berliner Zeitung berichtet. Im folgenden Video ist Roths kurze Rede festgehalten. Hier spornt ein Vertreter des Deutschen Bundestages in der georgischen Hauptstadt indirekt zum Kampf an. Don't believe in all these lies, in this conspiracy theory, we are not radicals, you are not radicals, you are just the European mainstream because you are fighting for that's what Europe really is, democracy, freedom, liberty. Also da wollen radikale teils rutschbereite Kräfte ein Gesetz aufhalten, was in westlichen Ländern schon existiert und was auch in der EU diskutiert wird. Und Michael Roth stellt das jetzt so dar, als wäre das eine Bewegung, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzt. Und ja, was ist dann die georgische Regierung? Setzt die sich dann gegen Demokratie ein? Interessant. Und Ex-Zitat Michael Roth Gänsehaut-Moment. Leute, schaut auf diese Stadt. Hier schlägt das Herz Europas am lautesten und heftigsten. Westliche Politiker kommen, um die Situation zu radikalisieren. Mich erinnert der Auftritt Roths und die ganze emotionale Inszenierung an den Maidan in der Ukraine um 2014, als dort unter anderem sogar der deutsche Außenminister die Proteste besucht und geadelt hatte, wie Medien berichtet hatten. Oder auch an Marie-Louise Beck, die damals diverse Male bei den Demonstranten in Kiew war. Und natürlich an das internationale Kommen und Gehen von Einflüsterern und Finanziers, das nicht nur hinter den Kulissen stattfand, sondern zusätzlich ganz offen, wie es etwa die US-Politikerin Victoria Nuland praktizierte. Es gibt viele weitere problematische Beispiele. Dass dieses Aufwiegeln von außen die Ukraine spalten würde und dass diese Entwicklung, wenn sie so weitergehen wird, zu genau dem Krieg führen würde, den wir heute erleben, das war bereits 2014 deutlich absehbar, wie viele Zeugnisse belegen, unter anderem eine verlinkte Vorhersage des heutigen Ukraine-Kriegs von 2014. Aber auf die zahlreichen seriösen Warnungen wurde nicht gehört. In der Ukraine wurde sehenden Auges seit 2014 ein Krieg eskaliert. Heute wird es verdreht so dargestellt, als hätte zu wenig Härte gegenüber Russland diese Situation herbeigeführt. Die Versuche, nun ähnliche Taktiken in Georgien anzuwenden, sind total verantwortungslos und richten sich gegen die Interessen der Bürger Europas. Was würden Politiker hierzulande sagen, wenn Proteste gegen ihre Gesetze so eindeutig vom Ausland unterstützt würden und sogar hohe offizielle chinesische oder russische Repräsentanten auf Demos vor dem Reichstag sprechen würden? Laut Thomas Röper sind neben Rot auch etwa die Außenminister Estlands, Lettlands, Litauens und Islands zu einem Arbeitsbesuch nach Georgien gereist, obwohl ihr Besuch bei der Regierungspartei Georgischer Traum laut Röper unerwünscht sei. Röper zitiert in einem verlinkten Artikel mit Irakli Kakyashvili einen Abgeordneten der Georgischen Regierungspartei, der gesagt habe, die Außenminister aus der EU wollten die Situation radikalisieren. Zitat Gesetze gegen Einmischung sind verbreitet Zu dem geplanten Gesetz ist unter anderem Folgendes zu sagen. Das Vorbild sei ein ähnliches Gesetz in Russland, sagen viele Medien. Das mag stimmen, aber das sagt auch, dass es absolut kein Einzelfall ist. So haben sich die Russen bei... Ja, jetzt sagt Tobias Riegel jetzt hier gerade das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Die Russen haben ihr Gesetz aus den USA abgeschrieben und zwar mit geringeren Strafen als in den USA. Das Gesetz ist milder und vorsichtiger als das, was in den USA schon seit 1938 in Kraft ist. Bei ihrem Gesetz angeblich explizit auf das Vorbild eines ähnlichen Gesetzes aus den USA berufen. Auf den 1938 eingeführten FARA Act, Foreign Agents Registration Act, Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten. Und auch die EU wehrt sich gegen verdeckte Einflussnahme aus dem Ausland, etwa mit diesem Paket zur Verteidigung der Demokratie, verlinkt innerhalb des Artikels. In der EU sind unbequeme ausländische Medien wie RT bereits gesperrt. Es könnten noch weitere dazukommen. Darüber, dass laut Liberation die französische Nationalversammlung für die Einrichtung eines Registers für Vertreter ausländischer Interessen gestimmt hat, berichtet Thomas Röper in einem weiteren verlinkten Artikel. Nach Angaben von Liberation solle das Register nach dem Vorbild des US-Gesetzes FARA über die Registrierung ausländischer Agenten erstellt werden. Der Zeitung zufolge sieht das Projekt Ausnahmen für diplomatisches Personal, Rechtsanwälte, kulturelle Vereinigungen und die Medien vor. Zugleich soll die polizeiliche Überwachung ausgeweitet werden, so Röper. Auch in Kanada wird ein Gesetz über ausländische Agenten diskutiert. Schutz oder Unterdrückung von Meinungen Vor kaum etwas wird hierzulande momentan eindringlicher gewarnt als vor ausländischer Einmischung durch Desinformation. Das wird aktuell vor allem als Propagandahebel gegen Russland und China genutzt. Ich denke aber, abgesehen von dieser Meinungsmache, ist es tatsächlich für jeden Staat wichtig, dass er sich prinzipiell vor Einmischungen schützen kann. Das Recht, sich vor äußeren Einmischungen zu schützen, müsste aber selbstverständlich jedem Land gleichermaßen zugestanden werden. Wichtig? In der Praxis darf dieser Schutz nicht zur Unterdrückung von Kritik oder von wichtigen Informationen führen. Es ist eine Gratwanderung. Das Potenzial für Missbrauch ist bei solchen Gesetzen riesig. Die politisch-moralische Beurteilung hängt dann auch von Details in den Formulierungen und von der praktischen Umsetzung der jeweiligen Gesetze im Alltag ab. Im Falle von Deutschland und der EU sollten beim Thema Einmischung auf jeden Fall auch die USA thematisiert werden, weil die EU-Bürger, Medien und Politiker von dieser Seite erheblich stärker beeinflusst werden als von anderen Seiten. Es ist das gute Recht der georgischen Gegner des geplanten Gesetzes, ihren Unmut darüber in Demonstrationen zu äußern. Den innergeorgischen Konflikt aber von außen anzuheizen, wie es Michael Roth und viele andere Stimmen aus dem Westen momentan tun, ist einfach nur verantwortungslos. Man könnte auch sagen, er dient, wie er das immer macht, US-Interessen. Naja, in diesem Sinne, ein guter Artikel von den Nachdenkseiten, der nochmal das Wesentliche zusammengefasst hat. Thomas Röhr hat es einfach erwähnt, bei dem hatte ich mich ja auch schon darüber informiert. Wir hatten ja auch schon auf Anti-Spiegel TV reagiert. Ja, sowohl Empfehlungen für die Nachdenkseiten als auch für Anti-Spiegel TV. In diesem Sinne bis zum, beziehungsweise für den Anti-Spiegel, also das Anti-Spiegel TV sind nur ein Derivat davon, aber ja, bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Ja, bis zum nächsten Mal in diesem Sinne.